Stellt euch vor, die Zombie-Apokalypse fände direkt vor eurer Haustür statt. Was würdet ihr tun? Wo würdet ihr Unterschlupf suchen? Und wie euch verteidigen? Seit dem 11. April gibt es jetzt auf Steam ein Endzeit-Strategiespiel im Early Access, bei dem ihr euch genau diese Fragen beantworten könnt. In Faction-Free-Zone lässt euch nämlich an fast jedem beliebigen Ort der Erde euren ganz persönlichen Weltuntergang erleben. Ihr plündert eure Nachbarschaft auf der Suche nach Nahrung, Verbandszeuge und Waffen, zieht Verteidigungswelle um eure Basis hoch und reißt kurzerhand alles ab, was euren Turmwachen die Sicht auf die anstürmenden Horden verbaut. Die rücken nämlich fast jede Nacht auf euren Unterschlupf vor und – eine Sekunde nicht aufgepasst – schon mampfen euch die fiesen Zombies frech das Hirn weg. Zwischendrin trudeln dann immer wieder Funksprüche ein, die die Haupt- und Nebenhandlungsstränge vorantreiben, aber wie bei kleineren Projekten üblich gibt es nur eine englische Sprachausgabe, dafür aber mit deutschen Texten. Aber lasst uns nochmal zum Anfang springen und die Frage beantworten, wie die Entwickler den ganzen Planeten in ihr kleines Zombiespiel gepresst kriegen. Ähnlich dem Microsoft Flight Simulator verwenden sie dazu echte Kartendaten, in diesem Fall vom Anbieter OpenStreetMaps, um euch praktisch aus jedem kartierten Landstrich der Erde eine Spielwelt zu generieren. Ein besonders cooles Spielgefühl entsteht, wenn die Karteninfos so präzise sind, dass das Spiel auch seine Ressourcenverteilung daran ausrichten kann. So geschehen zum Beispiel hier am Münchner Nordbad. Links in der Apotheke gibt es Verbandsmaterial, im Stadtarchiv in der Mitte Bücher, um unsere Forschung voranzutreiben und rechts bei McDonalds – klar, was zu futtern. Je weiter ein Gebiet ab vom Schuss ist, desto unwahrscheinlicher natürlich, dass hier auf gute Karten zurückgegriffen werden kann. Mal werden Rohstoffe komplett zufällig platziert, mal lässt sich dort ein Spiel gar nicht erst starten. In Zentralafrika, in weiten Teilen der Arktis, aber auch im Hinterland Kanadas stößt das Spiel schlicht an seine Grenzen, oder besser gesagt an die Grenzen von OpenStreetMaps. Wo keine eingezeichneten Gebäude vorhanden sind, da kann das Spiel auch keine gut funktionierende Gameplaywelt generieren. Hier könnte auf Dauer aber zumindest der eingebaute Karteneditor mit Steam Workshop Integration für ausgewählte Örtchen Abhilfe schaffen. Aber hey, selbst die halbe Erde ist doch noch irgendwie beeindruckend, oder? Auf dem anfänglichen Globus sucht ihr euch entweder völlig frei oder per Suchanfrage wie auf einer Navi-Karte euren Zielort aus. Das kann der Petersplatz in Rom, das Weiße Haus in Washington, die verbotene Stadt in Peking oder aber euer eigener Vorgarten am Rande von Rothenburg ob der Tauber sein. Wir haben uns bei unseren ersten Gehversuchen im Spiel Stilecht im Redaktionsgebäude der GameStar verschanzt. Da wussten wir allerdings noch nicht, dass große Bürokomplexe und Hotels, wie sie hier überall rumstehen, ewig lange zum Durchsuchen und zum Umbauen brauchen und dass Zeit in diesem Spiel unsere wichtigste Ressource ist. Dass wir uns an verschiedenen hübschen Ecken Münchens mehrmals auffressen haben lassen, gab uns wenigstens die Zeit die deaktivierbaren Tutorial-Missionen wirklich zu verinnerlichen. In den Faction-Free-Zone will nämlich jede Mechanik genau verstanden sein, bevor euch das Spiel wirklich voranschreiten lässt. Denn der nur geringfügig veränderliche Schwierigkeitsgrad fühlt sich zu Beginn oft bockschwer an. Mit einem ersten Hotfix vom 13. April trat aber bereits Milderung ein. Horden sind auf den unteren Schwierigkeitsgraden jetzt kleiner, Essen und Einwohner leichter zu beschaffen und Bau- und Abrisskosten geringer. Sobald ihr dann euren eigenen Antennenmast errichtet habt, beginnt die eigentliche Storyreise des Strategiespiels. Ab da an könnt ihr die Überlebenden aus dem Umland mit Versprechen von Sicherheit und Verpflegung in eure Gemeinschaft einladen. Die müssen dann zwar auch verpflegt werden, aber mehr Hände heißt auch schnellere Bau- und Anbaufortschritte. Außerdem lassen euch eure maximal 5 bewaffneten Spähtrupps über Funk wissen, wenn sie über etwas Ungewöhnliches gestolpert sind, was regelmäßig ein Plus an Atmosphäre erzeugt. Selbst nach über 100 überlebten Tagen begegneten uns hier noch neue Events. Aber natürlich macht ihr mit eurer Präsenz im Funk auch auf euch aufmerksam und werdet immer wieder von Fremden kontaktiert. Mal ist es ein verbarrikadierter Einsiedler, der dem Wahnsinn nahe ist, oder die Überreste des Militärs melden sich und erklären sich zur einzig legitimen verbliebenen Regierung, die euren Gehorsam einfordert. Besonders viele Wendungen nahm das hin und her mit einem Banditenführer, der uns immer wieder trickreich hinters Licht führen wollte, bis er dann plötzlich selbst auf unsere Hilfe angewiesen war. Eure Entscheidungen in diesen moralischen Zwickmühlen treiben die Haupt- und Nebenquests voran und offenbaren euch die Folgen eures Handelns häufig erst nach einiger Zeit. Wer schon mal The Walking Dead gesehen hat, wird hier einige Anleihen erkennen, nur dass sich das Ganze eben in einer Nachbarschaft eurer Wahl abspielt. Neben den mechanischen Lektionen, die wir etwa beim Redaktionsgebäude lernen mussten, warnt euch das Spiel bei der Auswahl eines Standortes aber auch, wenn dort mit einer erhöhten Schwierigkeit zu rechnen ist. Zum Beispiel sind die dicht bebauten Häuserschluchten von Manhattan eine ganz besondere Herausforderung in der Zombie-Apokalypse, nicht zuletzt wegen der eingeengten Sichtverhältnisse. Aber auch spärlich besiedelte Ecken wie dieses Dörfchen auf der Insel Norderney straffen den Schwierigkeitsgrad zu Beginn der Partie, weil euch viel weniger Häuser zum Plündern zur Verfügung stehen. Das würde euch dann zwingen, Forschung und Basenbau wirklich rasant voranzutreiben, um eure Abhängigkeit von gefundenem zu reduzieren. Je weiter ihr im derzeit noch überschaubaren Forschungsbaum voranschreitet, desto weiter fächern sich die möglichen Bauprojekte auf. Umzäunt ihr anfangs vielleicht nur euer Hauptquartier, die Unterkünfte und ein Warenlager mit einer wackeligen Holzpalisade, wollt ihr schon bald über ein Dutzend weitere Gebäude in eure wachsende Infrastruktur aufnehmen. Es ist ein bisschen so wie mittelalterliche Städtchen, die ihre erste Mauer um den heute historischen Stadtkern gezogen und später ihre Grenzen mit ein bis zwei weiteren Wellen erweitert haben. Ein paar Extralagen Mauern helfen natürlich auch gegen die immer stärker werdenden Zombies, aber dazu gleich mehr. Beim Ausbau eurer Basis kommt es vor allem auf kurze Laufwege an, um die schon erwähnte wichtige Ressource Zeit zu sparen. Legt ihr Getreidefelder an, sollten Warenlager, Küche und später Konservenfabrik möglichst nah daran angrenzen, damit eure Arbeiter nicht zu viel Zeit mit dem Herumtragen der Waren verschwenden. Auch Waffen- und Werkzeugmanufaktoren wollen zügig beliefert werden, während das Lazarett zum Verarzten eurer Verwundeten ruhig etwas abgelegener liegen darf. Mit schöneren Wohnungen werden eure Schutzbefohlenen glücklicher und arbeiten dann bis zu 40% effektiver. Die große Schwierigkeit an dieser ganzen Planung ist, dass ihr abseits etwa von Getreidefeldern keine eigenen Gebäude errichtet, sondern die von der Karte vorgegebenen Gebäude umwandelt. Ihr müsst also schon früh Voraussicht beweisen und eine Gebäudegruppe identifizieren, die sich schnell umzäunen und verteidigen lässt. Dabei habt ihr anfangs keine Wahl als klein anzufangen, weil ausladende Zäune im verwundbaren ersten Jahr einfach zu lange zur Fertigstellung brauchen. Dadurch entsteht ein interessanter Zwiespalt zwischen dem Abreißen von Häusern, um eure Sicht auf Angreifer zu verbessern, und dem Aufnehmen neuer Gebäude in euer Verteidigungskonzept. Eine weitere Schwierigkeit mit diesen vorgegebenen Bauobjekten ist, dass sie alle verschieden viel Wohnstau und Produktionsraum haben. Anno-verwöhnte Aufbauprofis haben es also schwer, die einzelnen Produktionsstätten ordentlich aufeinander abzustimmen, so dass weder eine Über- noch eine Unterproduktion herrscht. Mit einem eleganten Ineinandergreifen verschiedener Produktionsketten solltet ihr in der Infection-Free-Zone deshalb nicht rechnen. Eure einzige Stellschraube ist das händische Reduzieren der eingesetzten Arbeiter. Damit eure mühsam mit zusammengeklaubten Ressourcen errichtete Infrastruktur dann auch die beinahe jede Nacht anrückenden Horden überlebt, feilt ihr fortlaufend an euren Verteidigungsmaßnahmen. Ihr errichtet Ziegel, Metall oder gar richtige Festungsmauern und Türme. Auch wägt ihr ab, wie viele eurer fünf bewaffneten Trupps ihr zum Sammeln auf Expeditionen oder Missionen schickt und wie viele Leute ihr zur aktiven Verteidigung da behaltet. Ein paar mobile Einheiten, die zur Not auch mal ein Rudel Zombies mit den zahlreichen Fahrzeugtypen von der Mauer weglocken oder überrollen, können den Unterschied zwischen Leben und Tod machen. Und je länger ihr eure Kämpfe am Leben haltet, desto höher steigen sie im Rang auf, wodurch sie handfeste Vorteile wie bessere Zielgenauigkeit und schnellere Plünderzeiten erhalten. Ausstatten könnt ihr sie mit gefundenen oder selbstgebauten Pistolen, Schrotflinten, Sturm und Scharfschützen gewähren. Gleiches gilt für die Wachmannschaften in euren Türmen. Verbrauchte Munition füllen die Truppen beim Betreten des Hauptquartiers oder der Warnlager wieder auf, sofern ihr genug Kugeln vorrätig habt. Die Stärke der infizierten Angriffe skaliert derweil stetig mit eurem Bau- und Storyfortschritt sowie eurer eigenen Populationsgröße. Das geht so weit, dass die verwendete Unity Engine schon mal heftig ins Schwitzen gerät, wenn 400 Einwohner auf 400 Zombies treffen. Das geht dann vor allem zu Lasten der CPU und führte selbst mit unserem Intel 13900K zu Framerate-Einbrüchen von 120 runter auf 25 FPS. Infection Free Zone ist aber auch gerade erst in den Early Access gestartet und Performance-Verbesserungen stehen auf der To-Do-Liste der Entwickler, besonders die im Late Game. Auch die vielen Patzer in der deutschen Übersetzung sollen gerade gesammelt und dann zur erneuten Übersetzung eingeschickt werden. Bis dahin müsst ihr euch einfach merken, dass mit außerhalb Pistole ein leeres Pistolenlager gemeint ist und sich mit der Taste Reihenfolge in der Warteschlange mehrere Befehle aneinander reinlassen. Schwerer wiegen da manch andere Probleme, die die frühe Early Access Version aktuell noch plagen. Zum einen solltet ihr nach der Wahl eines Standortes immer erst mal manuell abspeichern und testen, ob sich dieser Spielstand dann auch wieder laden lässt. Als wir uns am Comer See in Norditalien, übrigens ein wunderschönes Urlaubsziel, auf einer Landzunge verbarrikadieren wollten, stellten wir mit Entsetzen zwei Dinge fest. Zum einen, dass die Zombies in den Faction-Free-Zones schwimmen können und zum anderen, dass sich keiner der Spielstände in dieser Location laden ließ. Hier gab es also irgendeinen Konflikt zwischen Speicherprozedere und der generierten Karte. Kann bei einem weltumspannenden Endzeitspielplatz schon mal passieren. Deutlich stärker hat uns das stellenweise arg mühselige Micromanagement genervt. Dabei meinen wir nicht das zum Genre passende Feinjustieren der Arbeiterverteilung oder das Herumbefehligen einzelner Einheiten, sondern dass wir zum Umstellen der Produktion jede Farm und zum Reparieren beschädigter Welle jedes einzelne Mauer-Segment einzeln anklicken müssen. Hier stünden im Spiel zuschaltbare Übersichtstafeln sehr gut zu Gesicht. Beim Testen begegnete uns außerdem eine Quest, die sich nicht lösen ließ und uns stattdessen mit endlosen Bug-Report-Meldefenstern zuspammte. Nur durch Zufall entdeckten wir die Entwickler-Konsole auf der Raute-Taste, sahen den internen Namen der fehlerhaften Quest im Protokoll und konnten sie nach etwas Tüfteln künstlich beenden. In der Konsole könnt ihr übrigens auch Cheats aktivieren, wenn ihr trotz der durch erste Hotfixes abgemilderten Schwierigkeit mal keinen Bock auf knüppelharten Überlebenskampf habt. Was die übrige Story anbelangt, sind zwar Ankerpunkte für zukünftige Entdeckungen wie Strom durch Solarkraft oder das Gewinnen der Kampagne über die Erforschung eines Heilmittels schon im Skript vorhanden, doch noch ist beides nicht implementiert. Die Warschau-Entwickler bei Jutsu Games, die zuvor beliebte Rettungs- und Polizeisynuatoren wie 112 Operator gemacht haben, rechnen mit einer rund einjährigen Early-Access-Phase. Neben dem Story-Finale und der Umsetzung von Community-Feedback planen sie für diesen Zeitraum unter anderem einen Endlosspiel-Modus, Gesetze für die Bürger, mehr Arten von Infizierten, mehr Ausrüstung, ein Ausdauersystem, eine Autowerkstatt, jagbare Tiere, Sprengstoffe und individuelle Eigenschaften für die einzelnen Zonen. Bei Letzterem hoffen wir auch auf etwas visuelle Abwechslung bei der Darstellung der einzelnen Regionen der Erde. Die absichtlich triste Farbpalette lässt sich unserer Meinung nach nicht gleichermaßen auf das tropische Havanna wie auf Berlin anwenden. Abschließend soll aber schon nochmal betont werden, dass ihr mit den endlosen Schauplätzen und vorhandenen Spielelementen schon jetzt einiges an Freude mit den Faction-Free-Zone haben könnt. Das Spiel wird wohl niemals die Tiefe eines Project Zomboid erreichen, verfügt aber über genügend faszinierende Alleinstellungsmerkmale, um sich in den nächsten Jahren zu einem ähnlich beliebten Geheimtipp zu mausern. Wenn die Entwickler weiter auf ihre Community hören. Dann könnte es zu dem werden, was Flug-Enthusiasten im Microsoft Flight Simulator schon längst genießen. Eine endlose Spielwiese realer Schauplätze. Nur dass man hier eben aufgefressen wird, wenn man mal falsch abbiegt. Wer die engagierten Entwickler bei Jutsu Games schon jetzt unterstützen möchte und etwas Frust-Toleranz für die Early Access-Phase mitbringt, macht bei dem moderaten Preis von 25 Euro sicher nichts falsch. Alle anderen heben sich das erste Aha-Erlebnis beim Überlebenskampf in der eigenen Nachbarschaft vielleicht eher für den geplanten Release in circa einem Jahr auf. Und er hat den guessing Henry Schuão für uns geht auf Dump. Aber auch der geschmt werden müssen wir Rufen von Dump. Und er hat euch noch get vennt! Imlingsjöaco In tome Das ist ein Wframe im œ動画 sagen sind wirklich nicht gut, Frau-Cackai. Warum keine Nachbarschaft bei sich mal rein? Wenn das erste Mal läuft, geht ja! Es ist ein Wframe im raus. Vielen Dank.